Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen OMSI 2 Ausgabe zum dreijährigen Bestehen von 3NOMSI TV. Und ja, ich habe euch eine Umfrage gestellt auf Facebook, welche Karte ich zeigen soll, welchen Bus und welchen Wetter. Auch Linie, aber Linie war ja egal. Und da haben jetzt viele auf Magdeburg geeinigt und sie wollen Magdeburg sehen und das wettet ihr auch. Wir stehen bereits am Betriebshof und fahren eine Abendlinie, also eine Nachtlinie, da das die längste Linie war. Und die beginnt in S-Bahnhof Neustadt. Und sie geht bis irgendwo hin. Ich habe es jetzt wieder verheißen, tut mir leid. Ja, der Map-Bauer heißt aus bekanntem OMSI Forum Lars H. Wie sein ganzer Name ist. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Lars, um den Hinternamen H. Heißt. Was mit H. Und er hat diese Karte erstellt und das ist die Version 1.2. Wir steigen am besten mal ein. Dann können wir ein bisschen besser reden. So. Ja, die Karte stammt von Lars H. Das ist die Version 1.2. Ja, vorher muss ich noch sagen, das ist eine Version für OMSI 1. Sie geht aber auch auf OMSI 2. Und zwar müsst ihr einfach, wenn ihr die Karte auch untergeladen habt, alle benötigten Add-ons installiert habt, müsst ihr die Karte im Editor öffnen, speichern und dann schließen. Dann könnt ihr auch die OMSI, äh, dann könnt ihr auch die Karte normal starten. Ähm, ich habe das Problem, wenn ich die Karte starte, kommt zuerst ein Direct Error. Ähm, es ist nur eine Meldung. Ich weiß nicht, was genau daran das Problem ist, aber egal. Hauptsache es funktioniert. Und, ähm, ja, wir fahren heute die Linie zuerst mit der Linie 93 von S-Bahnhof, Neustadt nach Kannenstieg und von Kannenstieg nach S-Bahnhof. Danach werden wir die Linie 94 fahren, von Neustädter See zur Universität und Grunduniversität und Neustädter See. Ähm, gut, es kommt jetzt darauf an, wie lange das Video jetzt dauert, weil ich habe ja jetzt geplant, ähm, maximal 90 Minuten. Wenn es länger geht als 90 Minuten, dann werden wir keine Rücktour fahren. Ihr müsst mich verstehen, wegen den Grendern hochladen und ich glaube nicht, dass so viele so lange zugucken werden. Und, ja, was ihr für diese Karte benötigt, ist natürlich den MNNL 202. Nicht den, der in RMC 2 mit, äh, geliefert worden ist. Ihr könnt ihn einfach herunterladen, den dort gibt es noch. Ihr müsst einfach nur MNNL 202 nachgoogeln, dann findet ihr auch die Seite. Und ihr braucht den Solaris 10. Also es ist ein Solarisubino 10. Kennt jeder bereits aus um die 1. Und ja, am Anfang des Videos müsstet ihr, oder jetzt, müsstet ihr gesehen haben, die aktuelle Fahrerakte. Ich kann sie mit einem Flapsprogramm leider nicht zeigen. Ich konnte nur ein Screenshot machen. Und dort werdet ihr die sehen. Ich habe eine neue Fahrerakte erstellt, für die heutige Fahrt. Und, ähm, werde dann auch am Ende nochmal ein Foto machen. Dann könnt ihr sehen, wie ich gefahren bin. Denn heute sind die ganzen Kollisionen an. Das befürchte ich. Naja, es wird eine lustige, schwierige Fahrt. Und, ja, starten wir mal unsere Karre. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ja, das ist mit dem Lenkrad. Tut mir natürlich leid. Wird sich in der nächsten Zeit bald ändern. Müsst ihr einfach nur abwarten. Ich habe sommerliches Wetter genommen. Da es zu viele verschiedene Wettermöglichkeiten gab, die ihr haben wolltet. Und, äh, wir machen das so. Wir werden erstmal diese Linie fahren. Und, ähm, das nächste Mal werden wir dann wahrscheinlich die anderen drei Linien fahren. Es gibt insgesamt fünf Linien. Davon sind zwei Nachtlinien enthalten. Und die Nachtlinie ist die längste. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und, wir werden dann in der nächsten Fahrt halt mal mit Schnee fahren. So. Unsere Fahrt beginnt um 21.10 Uhr und endet um 21.30 Uhr. Um 21.35 Uhr geht's dann weiter. Sollte zu schaffen sein. Hoffe ich. Fahrne von S-Bahn und Neustadt los. Über Lärchenwune. Dort endet, glaube ich, die Linie 1. will ich jetzt nicht täuschen. Deswegen habe ich jetzt auch Nachtlinien gefahren, weil sie viel länger waren und halt, ne. So. Äh, das ruckelt jetzt ein bisschen, dass es, äh, um sie 2 hat. Es gab ja ein neues Update. Aber, ich weiß nicht. Ja, genau. Irgendwie. Es liegt auch teils an der Aufnahme. Das ist logisch. Ne. Und, wir machen am besten mal, ähm, Bereich Fahrgastbereich. Ganzes Fensterchen auf. Denn, es ist warm. Wir haben, 24 Grad draußen. Machen dann auch noch die Dachlopen auf. Das war jetzt ein bisschen zu laut für mein Ohr. Muss man ein bisschen mehr im Mikro also stellen. So. Und so. Ja, eigentlich würde ich das Magdeburger Repaint nehmen. Aber, ähm, da es noch oft um sie 1 war, gibt es nur das Repaint für den NL202. Und ich wollte gerne einen Gelenkbus fahren. Und deswegen, habe ich einfach beige genommen, weil dafür gibt es noch kein Repaint, habe ich zumindest nicht gefunden. Wenn es was gibt, dann tut es mir leid. Dann habe ich mich einfach verguckt. Und, ja, ich nehme mir mal ein Graugini. Muss mal sein. Wenn man quatschen tut, wird dein Mund trocken. Und dann, naja. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal zur Stadt her. Halt die Stelle los. Bremse durchtreten. Und, halt die Bremse lösen. Und ab dafür. Ja, ähm, soweit ich auf der Website gelesen habe, gibt es noch einen Bau für die Version 1.3. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Und, die werde dann bestimmt Omnese 2 unterstützen. Ich zeige schon die Omnese 1 Version, ja. Aber ich spiele auf Omnese 2. Das ist ja sicher kein Gelenkbus. Und, die AI-List ist, äh, ja, da kann die, äh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Deswegen ist die auf Omnese 2, äh, Omnese 1 noch gemacht worden. Wo halt noch ein MNL, ein NL202 rumfährt. Oder ein Solaris. Wie gesagt, Kollisionen sind an. Da ist der Klickschutz. Sehr schön. So. Da warten wir aber. Bei dem weiß ich nie. Mach doch mal hin, ja. Ja, wer sich jetzt fragt, äh, wo liegt Magdeburg? Es liegt in Sachsen-Anhalt. Und es ist eine sehr schöne Stadt. Und ich finde toll, ähm, dass es solche Karten gibt. Gut, dazu muss ich noch sagen, ähm, ob das hier real nachgetäuert, äh, ob das hier real gebaut worden ist, kann ich nicht sagen, weil, es ist von früher noch, hier fuhren noch Busse, jetzt fahren wir Straßenbahnlinien. Und ich wohne, ich wohne in Schöneweg und bin höchstens normal in der Stadt gewesen. Da war ich Besuch unterwegs. Von daher, möge es mir verzeihen. Aber ich glaube, ich kenne da jemand, der kommt aus Magdeburg. Und weiß, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja, es ruckelt ein bisschen. Ich hab das Gefühl, seit dem Patch, dass es irgendwie ein bisschen mehr ruckelt. Mein Form-Patch hat es dir nicht so geruckelt. Komischerweise. Ich hoffe immer, dass wir heute noch ankommen werden. Oh Gott, die FPS-Zahler. Oh. Ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, ich bin bis jetzt noch keine ganze Linie abgefahren. Ja. Und, ähm, ich glaube, dass ich von außen mehr FPS habe als drinnen. Ist aber irgendwie immer so. Und, ja. Hoffen wir mal, dass es gut ausgeht hier. Und, ja, ähm, warum habe ich jetzt eine Nacht fortgenommen? Das liegt doch, wenn jetzt jemand noch mal fragen sollte. Das liegt daran, ähm, da der Fahrplan etwas länger geht. Und, dass es dunkel ist. Und somit spare ich FPS, weil... Ich hatte erst einen Test gemacht. Da wollte ich durch die Linie 1 fahren, aber es ruckelte sehr stark. Ich dachte, es ruckelte sehr stark. Und, keine Ahnung, woran es liegt. Aber, naja. Vielleicht wird die nächste Version ja besser, weil das ist ja unter OMSI 1 noch gemacht worden. Und nicht unter OMSI 2. Wenn ihr diese Karte installiert, dann müsst ihr einfach nur, wie gesagt, übers Editor öffnen, speichern und schließt. Dann könnt ihr auf die Karte fahren. Ähm. Ich hatte einmal die Karte gehabt auf OMSI 1. Und da lief es eigentlich perfekt ruckelfrei. Und warum es hier ruckelt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es am OMSI 2 Patch. Ich gebe dem Entwickler keine Schuld. Er hat die Strecke super toll gebaut, muss ich sagen. Und ich freue mich auch schon sehr auf eine neue Version mit einer OMSI 2 Version. Ja, da drüben ist der NL 202. Müsst ihr einfach nur herunterladen. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ja, und wenn der Lars zuschaut, äh, zuschaut, äh, dann sage ich dir nur 1. Mir gefällt die Karte. Ja, wenn es ein bisschen ruckelt, das liegt ja nicht an deiner Karte. Das liegt einfach nur um OMSI 2. Weil ich kenne mich noch, äh, ich kann mich noch an OMSI 2 erinnern, wo es flüssig lief. Aber OMSI 2 hat das Talent flüssige Karten zum ruckelkarten zu machen. Also halt, das OMSI 2 schafft halt, aus flüssigen um OMSI 1 Karten zum ruckelkarten. Ach, das ist doch Bescheid schon, irgendwie. Auf jeden Fall lief es ja flüssig. Vielleicht nicht so jetzt auch auf der Aufnahme, ich weiß es nicht. Und, äh, kennt der Fraps. Manchmal hat es auch seine Macken. Und, ja. Über Fußball erzähle ich heute lieber gar nichts. Denn es ist bei mir live Samstag. Und, ich sag immer so, ähm, ich lass uns mal einfach überraschen, ob Deutschland gewinnt. Wobei ich fest dran glaube, dass sie gewinnen. Und, ja. Ein langer Weg noch bis Neustadt, finde ich. Ich mach jetzt einfach mal anders. Ähm, wenn es bis, ähm, Kallen entstieg, wenn man die erste Linie abgefordert hat, immer noch zurück geht. Dann werden wir keine Rückdiffern, weil es dann auch manchmal zu einer Gefahr besteht, dass uns die zwei abbrauchen tut. Und sowas möchte ich halt nicht. Ich möchte euch alles zeigen. Und ihr seid auch ein tolles Video haben. Und verzeiht mir für diese Rockler. Dann gehen wir mal an! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich schaue mal kurz über das Wetter nach. Ich will keine Wolken haben, weil das schwarze Mimmel geht auf den Senkel. Das sieht eh schön aus. Ich weiß ja nicht, was mit OMSEN 2 los ist, aber ich hoffe mal, wir kommen an. Ich weiß von draußen aus, die FPS höher geht. Aber das ist immer schlimm, sowas mag ich nicht, wenn gerade so wenig FPS und von außen hast du Top-FPS. Gut, wir werden uns heute mal quälen, werden uns durchziehen, wir machen es einfach so, wir fahren jetzt von Neustadt nach Kannenstieg und dann lassen wir uns wegbeamen oder hinfahren, vom Neustadtensee zur Universität, das war halt keine Hin-und-Rück-Tür machen aus dem Grund, da es zu Absturz kommen könnte und das will ich einfach nicht. verzeiht es mir. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. seine Tage gekriegt, was unpassend ist, ne, ganz ehrlich. Da bin ich wirklich froh, dass ich keinen Schnee genommen habe, sonst hätten wir noch nicht mehr Probleme, oder Regen, um zu zweie Nacht möchte ich das Leben zur Hölle, ich merke es schon. Also sind wir einer losقتen, bei einer anderen beiden Setting, die beatenen Sohn 4. Sohn 5. Georgequé, ooh, Tschüss. Hier geht es um. Hello. Wenigstens haben wir die Hintu geschafft ohne dass OMSI abbraucht. Respekt. Hier sehen wir ein NL202 aus OMSI Zeiten. Wir werden die Uhrzeit ein wenig vorspulen um 21.03 Uhr. Ich hoffe sie steigen auch sofort ein und sonst müssen wir auch über Hartz 4 eingehen. Wir fahren die Linie 93. 0, 9, 3, 0, 0. Hör auf zu springen. Es bei Neustadt. Kein Entstieg. Ansagen habe ich natürlich auch eingefügt. Aber ich weiß nicht ob sie funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren dann tut es mir leid. Aber es steht fest. Die Karte liefert Ansagen mit. Die müssen nicht funktionieren. Also nach OMSI 1 war es dann noch über Opus Ordner oder über Sounds und Ansagen und so weiter. Ja hier sind wir wieder die schöne Matrix. Kaputt. Wie immer. In 93. Na. Kannenstieg. Neuer. Sülze Weg. Sülze oder Sülze? Ich glaube Sülze. Und hier. OMSI. Lade bitte weiter. Ich will hier keine Probleme haben mit dir. Also die Karte ist sehr schön. Und äh. Sie ist nicht performance fressend. Nicht dass sie da einer schreibt. Oh. Die Karte ist sowas wie performance fressend. Nein ist sie nicht. Ich hab's in OMSI 1 Zeiten. Ja. OMSI 2. OMSI 1. Gab's auch diejenigen Zuschauer. Die wollen mit 2 gehen. Dort ist die Karte prima gelaufen. Hatte keine Probleme. Aber OMSI 2. Top wieder alle Karten. Ich konnte zum Beispiel früher Freifurt. Super schön fahren. Bis OMSI 2. Meint er. Freifurt. Es ist so ne tolle Stadt. Lassen wir mal die Sau raus. Ne. Ähm. Naja. Einsteigen will keiner. Dann fahren wir mal weiter. Ne. Jetzt wird keiner einsteigen. Wer nicht mit will. Habt ihr Pest gehabt. Ne. 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 und hoffen, dass OMSI es schafft wird. Hier über uns war noch Freistadt. Das war noch Freistadt. ansagen mann spielen ansagen gehen nicht obwohl ich sie eingefügt habe der karte aber was soll es auf jeden fall die olle strölle einsteigen das bedeutet schon was gutes guten abend einen normalen fahrschein euro beteiligt auch drinnen fände ich natürlich besser 2 50 70 ich hab die dm-kasse drinnen ja ich hab sie vergessen auszutauschen da jetzt da ich ja schon mal um die 2 noch mal machen wusste scheiße das muss ich überlegen auch noch nächste station mittag straße wenn der ansagen nicht gehen da muss ja der busfahrer manuell ran ich musste nicht halten oh gott manfred ja kinder und omis habe ich auch noch in züge fügt das ist ganz einfach bei humans das ist aber einfügen wird auch ein kriegen oder abend eine tageskarte bitte eine tageskarte dann 6 30 stück bekommst 2 3 hier war 50 und hier war 20 hier war 50 und hier war 20 genau einmal eine kurze einmal eine kurze bitte dann kriegst du 60 Cent zurück dann könnte manfred kann ich nicht noch machen ist leider nicht möglich für gott straßenschäden wir sind gut in der zeit weiter das war so knapp nächste haltestelle umfassungsstraße ich bin zu verwöhnt hallo abend einmal kurzstrecke eine kurzstrecke du kriegst alle kurzstrecke 2,60 nicht ähm dankeschön Pardon, 3,60 Euro. Berechnen kann ich Planfortein. Blablabla. Schön, dass du blöde 8 Uhr fahren musst jetzt. Nächster Halt am Stadtblick. Das kann er meckern, Dude. So, wer möge denn gerne mitfahren? Jetzt die Justruhe dessen, die nicht reden kann. Ja, kommt. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wer sich wund... Was ist das für ein Geräusch? Das ist das hier. Geil, ne? Macht euch richtig geil. So ein Geräusch. Boah. Ja. Weiter geht's. Nächste Haltestelle. Hermann Bruseplatz. Direkt vor uns ein MNNL von Karmaz. Karmaz, Karmaz. Richtig. Jetzt wurde er geblendet. Guten Abend. Guten Abend. Weiter geht's. Mit den MNN geht's. Wormnuts. Wormnuts. Natürlich nicht. Mann. In den letzten Videos habe ich ja gesagt, ähm... Mit dem Mercedes-Benz. Ich weiß, er heißt Mercedes-Benz U405 N2G. Haltestellenbremse. Immer wieder dasselbe mit dir, Steven. Nee, nee, nee. Unglaublich. Unglaublich. Was für ein Spaß die da ist. Gäste. Heinz. Es war für ein Karmaz. Ich weiß, dass wir so machen können. Natürlich heißt es zum Beispiel, ich habe letztens gesagt, Mercedes-Benz O405 N2G, ist natürlich falsch, ich gebe es zu, es heißt Mercedes-Benz O405 G N2. So, Finger am Hau, ab nach Mexiko, es tut mir leid, dass ich mich da versprochen habe. Und wir fahren auch nicht mit einem NG202, sondern fahren mit einem M-A-N-N-G 272. Und haben Abfahrt und hoffen, dass wir heute rechtzeitig noch ankommen. Also die Straßen sind perfekt, da brauche ich keinen Unfall, das ist super. Nächster Halt, holl, Ring vor der Weg. Oh, haben wir eins zu spät gemacht. Nächster Halt, Ring vor der Weg. Und warten wir auch noch nicht. Die FPS ist miserabel, das O402, es gibt nichts einer Karte, ich konnte O402, ist perfekt laufen. Es lief perfekt mit O401, dieser Karte. Oh Gott, das ist so, wie er hier. Und ich könnte wecken, die Karte ist eigentlich nicht für Gelenkbusse ausgestattet, weil man noch nicht auf die Idee kabel ist, Gelenkbusse gibt, glaube ich. Und diese Haltestellenbremse, ich bin immer noch an dem Mercedes-Benz O405 gewohnt. Falschbar. Kennt es doch, Automatische Haltestellenbremse. Ich brauche dich mal. Ja, wir kommen zurück. Ja. Ich habe vorsehentlich gerade auf der Aufnahme Stopptaste gedrückt. Ich war ein Idiot. Das geht weiter. Sowas ist peinlich. Ich hoffe, das macht jetzt nicht so großen Unterschied. Wobei, äh, doch. Ja. Ich werde das schon irgendwie rendern. Nächster Halt, Milchweg. Wer Milch braucht, der geht einfach zum Milchweg. Das war nicht lustig. Das war eine Demütigung. Ja. Tut mir leid, für diesen kurzen Schnitt. Ich dussel, habe die Stopptaste gedrückt. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall liegt es nicht auf Frips. Da war um die 12. Weil, Frips muss auch ein paar FPS abziehen. War alles logisch. Aber, wenn es auch Frips klingen hätte, dann hätte ich wieder normalen FPS. Probieren wir auf Hamburg. Aber, naja. Genießt die Fahrt. Und... Holt euch am besten Popcorn, oder Chips. Alles, was ihr benötigt für diesen Special, weil das geht wirklich sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Aber, es geht sehr lange. Ja. Ja. Die Ampel ist rot. Ein wenig grün, würde ich schön sein. Da-da-da-da-da. Los, renn, renn, renn. Ich hab den ganzen Dachzeichen, Freunde. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Du kriegst 3,50, 67, 60, ja. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte. 2,50, 70, 1, ja. Logisch, 10 am Berg hier bei mir, ne. Nächster Halt, Danziger Dorf. Oh, ein schöner Bäcker. Ach, ist das schön, ein schöner Bäcker. Essbäcker. Meine Heimatstadt. Er könnte mich ja eigentlich mit nach Hause nehmen, aber... Was gibt's da denn an den Omzi 12? Was ist das schön zu sehen. Da ist er noch. Unsere Wege trennen uns. Mach's gut, schöner Bäcker. Grüß die Heimat. Nächster Halt. Lärchen. Äh... Buhne. 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 Hier ist die Endstation der Linie 1. Gottes Host. Ah... Leute! Heitzsteinweisen. Oh, Mann! Manni! Guten Tag! Guten Tag. Ein normalen, heut Джai. Ein normalen, Markus. Guck mal, dieser hässliche Typ hier. Guten Abend. Hallo. Das ist fies, das ist fies, das ist fies, das ist fies, das ist fies Nächster Halt, Danzigertorf, mal wieder Magdeburger Verkehrsbetriebe und Taxi frei Einfach mit Kickdown, mit dem Verspätung aufholen Das ist aber Schalt Ich weiss nicht, das neue Patch ist um die 2 Ruckeliger Zum Beispiel auf der Karte Bremenort Tocades Und auf Hamburg, wie eine Sau, das ist uncool Entweder sieht er ein Patch oder Omsi hat heute seine Tage gekriegt Und das finde ich sau uncool Omsi2 macht es möglich Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert Es ist noch kein Unfall Einfach auf Bombe FPS bleibt bloß stabil Nächster Halt, Eberndorfer Chaussee, ich und die Haltestellen, wir werden super Freunde. Ganz ehrlich. Nächster Halt, Hans Eisler Platz. Ein bisschen schneller aussteigen, bitte. Ich muss weiter. Ja, ich bin zu dumm Gas zu gehen wie ich, ne? Ich bin zu dumm Gas zu gehen. Nächster Halt, Pablo Picasso Straße. Nächster Halt, Eberndorfer Chaussee. Also mit Vollgas kommst du nicht weit. Nächster Halt, Hans Grundig Straße. Klasse. Auf Wiedersehen. Der Arschbacken könnte ich mal auf Wiedersehen sagen. Ey, das ist doch... Das ist ne Frechheit. Bin ich jetzt hier in Zerene im Bus oder was? Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Irgendein Arschloch ist hier noch drin, ich weiß nicht welches. Ich kann mich stolz sehen, das ist scheiße. Oh, fett die Sonne drinne. Oh, wenn der aussteigt, dann müssen wir noch was machen. Nächster Halt, Kannenstieg. Die Linie 93 endet dort. Wir bitten alle Vorgäste auszusteigen. Im Namen der MVB Magdeburger Verkehrsbetriebe wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und wir würden uns sehr freuen, CS Punkers demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. So. Ich bitte... Zapp und zapp und zapp. Nein, ich hab's nix vergessen. Das war der Knickschutzer. So. Ähm. Äh. Tür 3. Äh. 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 Ich muss jetzt die Perspektive durchschalten, damit ich hinkomme, oder was? Ich will was machen und das klappt nicht. Äh. Äh. Ja, Manni. Du musst zur vorderen Tür eigentlich. Äh. 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 Ja, alles pünktlich. Äh. Da gibt's keine Rollstuhlrampe. Äh. Äh. Sorry, Manni. Äh. Äh. Das nächste Mal Tür 1, bitte. Hört mich eh nicht. Äh. 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 Ja, ha. Wir haben es geschafft. Wua. 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 Ja. Folgende Planänderung aufgrund des FPS ein Brüches. Äh. Äh. Kann es passieren, dass um sie zwei abstürzen tut. Und deswegen werden wir zur nächsten Linie rüber springen. Es tut mir sehr leid. Es liegt aber allerdings nicht an der Karte. Die läuft super. Es läuft einfach um sie es kann. Man wird perfekt. Und ähm. Ähm. Wir fahren jetzt die Linie 94. Wir werden uns äh teleportieren nach Neustattersee. Das können wir am besten. Und werden dort zur Universität gefahren. Das haben wir eine 0 FPS gehabt. Ich hoffe man ist ja auch noch nicht durch Akku. Sonst könnte ich heute noch um sie. Ja. Äh. Zack. Ähm. Guckt euch das mal an. Wie sind die hergefahren? Wie schnell ging das denn? Könnt ihr mich verarschen? Und die FPS ist auf einmal komischer Weise irgendwie so lange etwas stabiler geworden. Ja. Um sie zwei macht es möglich. So. 94 fahren wir von Neustattersee. Ach. Das ist nichts was ich. Die Fahrt gibt 16 Minuten. Dann warten wir mal an. Ich wollte die Özeiten vor. Äh. Zack. Werden natürlich umschildern. Und zwar die Linie 0, 9, 4, 0, 0. Und der rote 1. Jawohl. Nop. Ansagen gibt es auch nicht. Obwohl wir drinnen sind. Aber es liegt nicht an der Karte. Es liegt einfach um die 2. Der Börner ist und ähm. Ja. Weiter gehts. Weiter gehts. Was? Okay. Wir werden ja auch keiner hinsteigen, wa? Dann gehts weiter. Ganz einfach. Da kann ich nicht lange. Nächster Halt. Schrote Bogen. Oder Schrote Bogen. Ähm. Ähm. Sie. Du bringst mich zum Kotzen. Das find ich richtig scheiße. Äh. Und ich kann ja nicht singen. Ihr wollt auch keiner rennen? Fische Arschgeigeln. Da bin ich ja. Mit dem Gelenkwurf unterwegs. Als Premiere Fahrt. Und ich da keine ein. Kollege. Ich hab den geilsten Bus. Ne? auch dennoch nicht. Nächster Halt. Im. Brunnenhof. Ähm. So ne Arschgeigeln. Die, die gibt's nur. So. Ein schöner Bäcker. Ja. Ein schöner Bäcker. Zuerst begrüße ich den Taxifahrer. Ja. Ja. Schöne wegkommen. Weil es ne tolle Stadt ist. Gibt manchmal nicht zu viel los. Aber Magdeburg ist zwar mehr los. Aber egal. Um Danken. Das ist ja Dank. So ein Arschloch. Schöne wegkommen. Oh Gott. Manfred. In zweier Version. Zwillings. Manfred. Köpfe. Ja. Sie sind. Einmal eine Quatsch. Ich wollt grad grad sagen. Sie sind beide ruhig. Aber. Der eine hat doch selber drauf gekriegt. Solange sie noch nett und freundlich sind. Geht es ja. Aber. Man weiß ja nicht wie lange. Nächster Halt. Neustatter Platz. Neustatter Platz. Neustatter Platz. Ah. Muss man das machen. Also. Bis jetzt haben sie sich noch nicht beschwert. Ne. Das grenzt an Wunder. Aber ich glaub eher. Warum sie dachte. Lassen wir es ruckeln. Dafür beschweren sie es nicht. Ja. Obwohl es mir das Beschweren niederversetzt ruckelt. Können wir noch mal gerne zum Atrix rausgucken. So sieht es aus. Universität Magdeburg. Besucht mal die Stadt Magdeburg. Das ist eine wunderschöne Stadt in Sachsen-Anhalt. Und der Magdeburg grugelt es nicht. Geil. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Acht. Neun. Sie haben mir zu viel Geld rausgegeben. Quatsch. 15. 10. Muss das so klein sein. Musstest du auch große Scheine geben. Blöde Kuh. Oh man. Die FPS ist im Arsch. Lalalala. Nächster Alt. Kloster Bunne. Nächster Alt. Kloster Bunne. Berbertaler Straße. Nächster Alt. Berbertaler Straße. Oh Gott. Eine Fahrtkarte bitte. Ja. Dankeschön. 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 Nächster Alt. Kastanienhild. Hundespur Straße. Kann ja sein oder? Kastanienstraße. Naja. Wenn wir jetzt nach rechts fahren würden. Könnte ich nach Hause. Ist aber leider nicht möglich. Ja. Wir stehen an einer roten Ampel. Und es ist nichts Neues. Schön zu sehen. Der Mond. Neben mir nähert sich ein scheiß LKW. Rammst du mich? Bring ich dich heute Nacht um. Schnell rein. Ich hab Verspätung. Riesenscheine ey. 2,4,6,8. Pardon. Sieben. Fünfzig. Siebzig. Weiter geht's. Nächster Alt. Neustadt. Passage. Hallo. Hallo. Gute. Einmal kurz sprecke. Zwei. Drei. Fünfzig. Sechzig. Nächste Halb, Niko Leibplatz. 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 Niko Leibplatz. Niko Leibplatz. Nächste Halb, Niko Leibplatz. Nächste Halb. Nächste Halb, Niko Leibplatz. 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 Nächste Halb. 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 wie Barma, halt anders. Ja, so ist es. Die AOK, ihre Krankenkasse. Guten Abend. Guten Tag. Guten Abend. Nächster Ort, Universität. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Universität Magdeburg. Die Linie 94 endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Im Namen der MVB Magdeburger Verkehrsbetriebe verabschieden wir uns, verabschieden wir, verabschieden wir Ihnen von uns und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Wir würden uns sehr freuen, Sie als Fahrgast demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. So, geschafft. Ja, wir werden natürlich keine Rückfahrt fahren aufgrund der FPS, weil es wäre schlimm, wenn es auf einmal abbrechen würde. Da fähre ich jetzt einen anderen Team mit euch. Ähm. Wir werden mal was Dummes tun zum Schluss. Ähm. Zu meinen Namen her, ne. Jetzt werden einige bestimmt denken, hm. Der Idiot hat keine Kollision an der Verarscht uns. Warum schreien da auch nicht rum? Das Idiot. Wir werden jetzt mal ähm. Ich hab gedacht, ich hab hier wenigstens diese diejenige Lister in Gefügt, aber nein. Und zwar. Hä? Okay, geht. Seht ihr? Wir haben ein Schild gerahmt. Eine Laterne gerahmt. Ich werde mich freuen, wenn wir ihn mal loslassen. Die Liste dürfte sich eigentlich nicht ändern. Aber wir machen zur Sicherheitshalber jetzt mal ein kurzes Blickchen zur Fahrerakte. Und zwar super gut. 92 Prozent. Verlte gemacht. Und. Hier könnte man langfragen. Schöne Weg. Meine Heimatstadt. Aber. Naja. Okay. Hauen wir jetzt einmal. Wir haben eine Laterne. Egal. Jetzt sieht er so aus. Jetzt fahren wir ab. Morg. So lange, dass dieser Bus kaputt ist. Wenn es nach 10 Minuten nicht klappt. Ja. Wir werden jetzt alles umlichten. Was an beschissenen KI-Fahrzeugen bei uns ist. Wir werden Ampel missachten. Und ich wünsche viel Spaß zum Finale. Es sei denn um sie raucht vorher ab. Ach, zu schauen. Nur um siebzig um ein Kmh. Ich glaube nicht, aber egal. Aus dem Weg. Hier komme ich. Das wird kracken. VW on Tour mit Bus. VW-Bus. Daher kommt der Name VW-Bus. Schönes Leben. Aha. Und da hat es ein richtiger VW-Bus. VW-Bulli. Ach, du hast Angst, ja? Aus München kommt der. Yes, Baby! VW-Bus kaputt. Egal. Nächstes Opfer. Aha. Bla, bla, bla. Straftat. Etc. Pp. Ja, wir sind Geisterbus. Also, kaputt erbus durch Magdeburg. Was ganz schlimm ist, ne? Können wir ein bisschen rumschlenken. Und dann so ein scheiß Dreckspulle. Den werden wir entweder fest recht los. Und dann Das war jutt. Ja, das ist. Machen wir es mal von draußen, ist viel besser, wie ihr seht's. Wo ist denn? Ja, Unfall, interessiert keinen mehr. Von oben sieht das so langsam aus, ne? Ist das normal, wirklich geht nicht. Ach komm, nur wegen dem Schild, ja? Nur wegen dem beschissenen Schild. Lalalala, wie ist das Schein? Ich kann nicht sehen, wie gesagt. Das geht bei mir nicht. Ich kann nicht sehen, wie gesagt. Ja, Straftat etc. PP am Arsch. Ich will den NL-Ram. Zum Schluss den blöden Bus. Lass mich das doch machen. Die Flachpippe kriegen wir. Der Held. Ist es gut. Ist raus auf Vollkanne in den Rhein. Der Held. Der Held. Der Held. Der Held. Der Held istnung, egal. Der Held ist Michael keine Chance für den Held. Nein, diese solche d St Mormone guerra. Es geht nicht. erlaubt das ist nicht auf einem betriebshof befinden benötigt das reparaturteam eine antwortzeit von zehn minuten die nötigen repartoren dauern etwa 20 minuten müssen die repartur arbeiten jetzt durchführen aber natürlich fehler in der bereichsprüfung schön dass du jetzt kommst denn ich bin fertig und wir werden jetzt einen unfall möchten sie die polizei um den absturz dienst rufen damit der unfall aufgenommen wird und die unfallstelle aufgeräumt wird es wird allerdings einige minuten dauern wie sie weiterfahren können die polizei hat den unfall aufgenommen die unfallstelle wurde geräumt sie dürfen nun weiterfahren sie haben wieder eine fast 9 minuten dauern ja ähm und dann ist es bestanden Ja, liebe Leute, das war's von mir. Lieber Lukas, äh, Quatsch, lieber Lars, ähm, wirst du mal ab. Ähm, das wird der Amaglauf, hat, äh, ja, war als Entschuldigung teils mit, weil es zurückgeht, es liegt nicht an einer Kassi, der war noch um die zwei, ich seid leider so. Und, ähm, äh, also, keine Sorge. Mein Fazit zu dieser Karte ist, äh, es ist eine sehr wunderschöne Karte, beinhaltet sieben Linien, drei Tages- und, äh, zwei Nachtlinien, wenn ich mich so oft informiert habe. Ähm, und sicher, äh, gibt es ein paar Dinge, äh, wo man sagen muss, ähm, wo man sich wünschen könnte, dass es für um die zwei ist, aber egal. Äh, es wurde auch für um die eins gemacht. Ähm, wenn ich mich nicht zeichne, habe ich auf der Seite gesehen, du brauchst momentan weiter für um die zwei, das gehört auch seit ich mich überguckt habe. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen, denn es ist eine sehr schöne Karte und ich würde mich auch sofort, äh, ich würde auch sofort, okay, Entschuldigung, ich würde die Karte auch sofort herunterladen, weil es ein, eine Pracht ist, ne. Also, ähm, ich wohne ja jetzt schon da weg und, äh, Markbock ist in Nozell mit und von einem Zug entfernt von mir aus. Und, äh, ich finde sowas sehr schön, dass es einen gibt, der in meinem Umkreis, also in der Nähe, in einer Stadt wohnt, die ich auch kenne und halt mal öfters da war. Und, mir gefällt die, äh, ich komme einfach zur Fazit. Mir gefällt die Karte sehr gut, ich kann es jedenfalls herunterladen, ihr müsst halt nur per Editor reingehen und speichern und dann schließen, dann könnt ihr so starten. Kriegt ihr Fehlermeldungen, ähm, könnt ihr einfach, ähm, müsst ihr gucken, wie ihr die Adons installiert habt. Wenn ihr der Meinung seid, ich hab's alle installiert, da fehlt mir so ein Terrain, Spline oder sowas, dann müsst ihr den Lukas, da komme ich immer auch zu Gast, ihr müsst den Lars H. im Omri-Form anschreiben, ob ihr die fehlende Texturen kriegen könnt, wie ich sie bekommen habe und, ähm, ja. Wie gesagt, ich, äh, wenn es eine Erweiterung gibt, äh, für um sie zwei, ähm, dann würde ich mich sehr freuen. Und diejenigen, die noch um sie, um sie eins spielen, äh, für die, für diejenigen, kann ich sagen, ladet euch die Karte runter. Es ist einfach der Wahnsinn, also, mir gefällt die Karte sehr gut, Fahrplan technisch auch gut, es gibt, äh, nichts, worüber ich meckern könnte. Und, ähm, alles, eigentlich top. Gut, dass ich mich denn ansage, das ist nicht dein. Das liegt halt an um sie zwei, weil, man muss auch, man muss auch sagen, die Karte war ja eigentlich nur für um sie eins bestimmt. Trotz, um sie zwei Macken, ist die Karte noch sehr schön und man kann sich noch befahren. Man muss halt nur mit den einigen Problemen klar finden, also zum Beispiel, wenn man startet, da ist ein Direct Ever, kann man einfach mit OK wegklicken und schon geht's. Und, ähm, warum Ormsi zwei heute hier rumgespackt hat, kann ich leider nicht sagen. Auf jeden Fall ist die Karte nicht so performancefressend. Das muss ich noch sagen. Und, ja. Gut, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Special, was über eine Stunde ging. Und, ähm, wenn es irgendwas Neues gibt, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel die um sie zwei Version mit Erweiterung veröffentlichst, dann werde ich auf dieser Karte selbstverständlich gerne fahren, mit, ähm, diesmal auch richtigen Re-Paints, wenn es sowas gibt. Also halt, wenn es was Neues gibt für Ormsi zwei, dann werde ich sie natürlich let's playen, das ist selbstverständlich. Und, ja. Ja, ähm, bevor ich jetzt zum Schluss komme, noch eine kleine Info. Das war das allerletzte Video. Ja, also, äh, das war die letzte Ormsi-Folge vor der Sommerphase. Denn ich gehe jetzt in den Urlaub. Ja. Ähm. Deswegen auch der Grund heute spezial, äh, jetzt würde jemand sagen, äh, nur weil er drei Jahre bestehen hat, wozu macht man so Spreche? Aus dem Grund, dann heute, exakt heute, vor drei Jahren gab es drei Ormsi-TV. Und, ähm, ich dachte mir, am besseren Moment kann es nicht gehen, sonst Spreche rauszubringen. Und zu veran, zu verkündigen, dass ich, dass ich hier in den Urlaub gehe, dass es halt für ein paar Wochen keine Videos gibt. Halt, jetzt Abschied vor der Sommerpause. Ähm, wann es weitergeht, werdet ihr direkt erfahren auf Facebook oder in einem Info-Video. Aber ich würde mal sagen, es geht erst, äh, so, Mitte, Ende August weiter. Wenn nicht auch erst am Anfang September. Aber ich glaube eher so in August. Denn, der Grund ist dafür, ich fahre in den Urlaub. Und, ähm, ich muss mir noch einiges zusammenkratzen an Geld. Und, äh, ich habe noch andere Projekte vor mir. Ich erstelle gerade noch, äh, äh, ein Aufgabenpaket für die BR243. Die müsste eigentlich heute schon draußen sein. Wenn nicht, gibt es ein paar Probleme. Und ansonsten, ähm, habe ich ja auch bei drei Wochen Urlaub. Und dann möchte ich es auch genießen. Nicht immer mit Let's Plays. Und, ähm, na gut. Erstens, zwei Wochen mache ich Urlaub. Die letzte Woche mache ich halt volle Let's Play Power. Zum Pro-Produzieren. Weil ich habe noch einige Projekte offen. Und, ähm, wie ihr gesehen habt, gab es diese Woche, auch letzte Woche, nicht so viele Videos. Sie gingen nur bis Donnerstag. Oder diese Woche ging es, glaube ich, nur bis Mittwoch. Das hat den Grund, äh, ich hatte keine Videos mehr zur Verfügung. Ja, es ist natürlich blöde. Wenn man keine Videos mehr hat. Und, äh, blöd ist es auch, wenn man jetzt einfach sagt, Okay, ich let's play jetzt noch mal ein paar Folgen des Split Tires. Oder vor LWR 2014 oder der S2014. Das würde ihn nicht bringen. Weil ich komme dann nicht über die Tage rum. Naja. Weil nicht, dass es heißt, ich war jetzt vor LWR 2014. Ja. Und, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Situation kommt, ein Feier. Und dann heißt es ja, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und währenddessen die Folge Ende ist, kommt dann Sommerwurz. Das ist auch beschissen. Also, das geht gar nicht. Ja. Gut, ähm, ich verabschiede mich hiermit, äh, in die Sommerpause. Und, ähm, euch allen wünsche ich noch eine sonnige Zeit. Und, äh, schöne Sommerferien. Ja. Auch für die Erwachsenen, Leute, die nicht mal zur Schule gehen. Einen wunderschönen Sommerurlaub. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und für die Neuzugänger, ähm, dies, ist jetzt nicht ganz das letzte Video. Es geht eigentlich weiter. Es geht halt nur kurz in einer Sommerpause. Dann geht es auch frisch weiter mit Neuerungen, Verbesserungen, halt. Ja. Gut, ähm, Ja, wie gesagt, ähm, schreibt mir was in den Kommentaren, wenn auch was ist. Ähm, ich freue mich immer sehr, äh, in Deutsch. Ich freue mich immer über ein schönes Kommentar. Ihr könnt doch Kritik schreiben. Ist mir eigentlich egal. Und, ja. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ich sage nur, Tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye. Bye.